Kann ich jetzt? Ja. Also, liebe große und kleinen Paderborner Kinder oder von außerhalb, schön, dass ihr unseren YouTube-Kanal der Paderborner Puppenspiele besucht. Ja, und da wir wegen der Coronavirus hier unsere Bühne ins Homeoffice gestellt haben, also Homestage praktisch, könnt ihr jetzt meine Abenteuer ab sofort hier gemeinsam mit mir erleben. Abonniert einfach unseren Kanal, dann werdet ihr über alle neuen Stücke informiert. Ach ja, und ganz lieben Dank möchte ich allen großen Kindern sagen, gemeint sind die Verwachsenen, ja, die uns mit einer kleinen Spende unterstützen. Durch euch wird das hier erst möglich. Und wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr in der Kanal-Info. Aber jetzt geht's los. Wir wünschen euch viel Spaß. Dann geht jetzt die wilde Reise auch schon los und wir sagen Tschüss und bleibt gesund.